So Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns die Pro X, nein, Stimulation Ultimate an. Nicht die Pro X4, sondern Ultimate. Stimulation hat sich gedacht, okay, das ist mehr als nur eine Pro X4 oder anders als eine Pro X4. Und was das genau ist und was die Pfeife kann, schauen wir uns heute in diesem Video an. Die Stimulation bewirbt die Pfeife damit, dass alle Innovationen und alle Features aus den letzten sieben Jahren in eine Pfeife verschmolzen wurden. Und das ist auch der Fall, da haben sie nicht gelogen. Ich würde das fast so beschreiben, als ob die Pro X3 und die Expansion Mini zusammen ein Kind gehabt haben. Und das ist ein hochbegabtes Kind und das kam dabei raus. Die Stimulation Ultimate. Grundsätzlich hat sie alle Features der Stimulation Pro X3. Da werde ich nicht nochmal auf alles eingehen, sonst gibt es wieder ein 20 Minuten Pfeifen Review hier. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt und noch nicht wisst, was die Pro X3 kann, schaut euch dieses Video hier an. Da wird alles beschrieben von der Pro X3 und alle Features von der Pro X3 und Upgrades und so passen auf diese Pfeife bis auf die Bowl. Die passt nicht, die wurde neu gemacht. Seht ihr auch hier, neues Design. Diese hat jetzt zwei Sichtschleifen anstatt einen, wie bei der Pro X3. Und es gibt sie auch nur in acht Farben, darunter auch Orange und Blau. Diese haben so eine nice Lackierung. Ich habe diese persönlich nicht, aber ich bin sehr gespannt, wie die in echt aussehen wird. Was sich auch noch verändert hat, ist sie rauszuholen. Die hat jetzt ein paar Kringeln mehr und den Ultimate Schriftzug in der Mitte. Simulation ist hier der normalen Form treu geblieben und es hat sich da nichts Weltbewegendes verändert. Aber ich finde, sie sieht etwas sportlicher aus, so mit diesen Strichen, die sie noch drauf hat. Das heißt also, wenn ihr eine Pro X3 habt und Teile davon habt, wie ihr ein X-Blow-Z, einen Cooling Diffuser oder den Cooling Control Adapter hier habt, das passt alles auf diese Pfeife drauf. Das heißt, da müsst ihr nichts ändern. Ich würde sagen, für mich ist das Hauptfeature das integrierte Expansion System. Das heißt, ihr müsst euch keinen Adapter mehr kaufen, damit die Pfeife auf Steckbohls geht. Das ist alles schon integriert. Und das Ganze funktioniert auch ziemlich simpel. Man muss minimal etwas umbauen, aber dazu schreibt man einfach das Tauchrohr ab, nimmt diese Platte unten raus, macht dann zuerst den weissen Ring drauf, dann einen schwarzen Ring. Da gibt es wieder zwei Grössen. Da könnt ihr dann je nach Ball, die ihr habt, den passenden wählen. Und danach müsst ihr noch diesen Ring, den man vorhin abgeschraubt hat, richtig rum drauf machen. Einfach so, dass diese kleine Schräge zu den Ringen zeigt. Man merkt, dass das Ganze richtig drauf geschraubt ist, wenn man den Expansion Schriftzug richtig rum lesen kann. Das ist ein nice Feature. Also der ist verkehrt, wenn es nicht richtig ist und richtig rum, wenn es richtig ist. Damit man gleich weiss, dass es geht. Und dann kann man die Pfeife einfach auf jede beliebige Steckbohl machen. Manchmal bei irgendwelchen Caesar Thuddy Bowls oder so hat man das Problem, dass der Diffuser nicht reingeht, weil die zu schmal ist und der Stimulation Diffuser doch etwas breiter ist. Da kann man dann einfach den Diffuser abnehmen, aber auf die meisten Bowls passt das dann ohne Probleme drauf. Was ich sehr nice finde ist, wenn man noch eine Prime Pro X zu Hause hat, könnte man in Theorie einfach die Rauchsäule von der Prime Pro X da drauf schrauben, das Ganze auf eine kleine Bowl machen. Und man hat eine sehr nice kleine Pfeife, die auf Steckbohls geht. Natürlich hat nicht jeder zwei Pfeifen zu Hause und ich wünsche mir, dass das Ganze noch in klein rauskommen wird mit genau diesem System. Weil ich persönlich immer noch ein Fan bin von kleinen Pfeifen und diese hier doch etwas grösser ist, wenn sie zusammengebaut ist, vor allem wenn das X-Blow Offset drauf ist und so. Dann ist das doch schon ein Oshi. Jetzt nicht eine Schreibtischpfeife, aber sie ist auch nicht enorm gross. Also auf einem Couchtisch passt die immer noch ohne Probleme drauf und das passt alles so von der Größe für eine Vierschlauchpfeife. Die zweite Innovation, die neu dazu kam, ist das Moon Gravity System. Mein grösser Kritikpunkt bei der Pro X 2 war der Widerstand beim Zinn. Der war doch etwas mehr, als ich mir gewünscht habe. Und da haben die Jungs von Stimulation mal wieder rumgetüftelt und rum erfunden und haben das Moon Gravity System entwickelt. Ganz simpel erklärt ist das Ganze so, dass die Kugel auf der Schräge vom Schlauchenschluss liegen bleibt, wie man sieht. Das heisst, dass man die Kugel nicht nur mit dem Unterdruck beim Ziehen anhebt, sondern dass das noch leicht von unten gestützt wird und somit der Durchzug verringert wird. Das ist anscheinend extrem kompliziert umzusetzen und es sind auch sehr spezielle Kugeln drin. Das sind nicht die 0815 Kugeln und die müssen wahrscheinlich mit dem Gewicht genau stimmen. Alle Winkel müssen stimmen, damit das nachher wieder ohne Probleme zurückfällt. Aber man merkt das auf jeden Fall extrem beim Rauchen. Wenn ich das Ganze mal mit der Pro X 3 vergleiche, dann merke ich, dass der Durchzug sich auf jeden Fall verbessert hat und für manche vielleicht sogar schon etwas zu leicht ist. Aber da kann man natürlich mit dem Airflow-System, Airflow-Control-System, das ist so verrückte Namen, entgegenwirken und den Durchzug stufenlos einstellen. Was dabei auch auffällt, ist, dass die Toleranzen noch mal besser wurden. Die waren ja schon vorher gut, aber gerade die Anschlüsse für das Airflow-System lassen sich extrem leicht drehen im Vergleich zur Pro X 3. Und auch der Diffusor lässt sich viel, viel leichter raus und reinziehen. Das läuft jetzt alles wirklich noch mal butterweicher. Und ich habe auch das Gefühl, dass das 360-Grad-System hier noch mal weiter läuft und überhaupt nicht hakt. Natürlich, die Pfeife ist neu. Vielleicht wird das dann noch etwas strenger, aber an sich habe ich das Gefühl, das läuft wirklich butterweich. Okay, bei der Pro X 3 läuft das auch sehr gut, aber ich habe das Gefühl, das läuft noch mal etwas smoother. Was durch dieses Moon-Gravity-System auch wegfällt, ist das Flattern der Kugeln. Ist etwas schwierig zu beschreiben, wenn man es noch nie erlebt hat, aber ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr Vierslauchpfeifen mit anderen Kugeln in den Rauch. Da merkt man so richtig, wie die Kugel mitschwingt beim Ziehen. Und das hat man hier gar nicht, weil die Kugel einfach stehen bleibt, da an diesem definierten Punkt. Und die flattert wirklich null rum. Was mir etwas aufgefallen ist, dass der Blow-Off vielleicht einen Ticken strenger wurde im Vergleich zu der Pro X 3. Das heißt, man muss etwas mehr pusten, was an sich kein Problem ist. Außer wenn man das X-Blow-Off-System drauf hat und alle Anschlüsse unten zu hat. Das heißt, dass die Luft nur oben rauskommt. Dann kann es ab und zu mal sein, dass etwas Rauch aus den Anschlüssen rauskommt. Aber da muss man dann einfach etwas aufpassen, wenn man zu viert raucht oder so, dass man vielleicht nicht unten alles zu hat und nur den Teller-Blow-Off oder so. Das liegt einfach daran, dass der Widerstand viel grösser wird, wenn der Rauch bis hier oben gehen muss, bis er raus kann. Und dann ist es natürlich etwas schwieriger, dass immer noch alle vier Leute auspusten können und dass das alles funktioniert. Das ist dem das extrem kompliziert. Also kleine Abstriche hier vielleicht beim Blow-Off. Aber das ist jetzt nichts, was die Pfeife unrauchbar macht oder so. Man muss sich dessen einfach bewusst sein. Und was auch hilft, ist die Pfeife sehr gut durchzuspülen. Ich hatte vor allem am Anfang das Problem, als ich die nur einmal kurz abgespült hatte, dass ganz einmal irgendwelche Produktionsrückstände oder so noch da sind. Also die Pfeife sehr gut durchspülen, was man sowieso immer machen sollte, wenn man eine neue Pfeife kriegt. Und dann läuft es etwas besser. Und Alex von Simulation meinte auch, dass es mit der Zeit dann wie eingeraugt wird. Oder er hat es mit einem Motor verglichen, wo die Zylinder erstmal einlaufen müssen. Das heisst, mit der Zeit läuft das dann nochmal etwas flüssiger. Kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ich die Pfeife vielleicht viermal geraucht habe. Aber einfach, damit ihr da Bescheid wisst, wenn X-Blow-Off-System drauf ist und alles unten zu ist, dann kommt ab und zu mal etwas Rauch oben raus. Und wenn ihr die Pfeife bei Simulation holt, könnt ihr auch sehr, sehr gerne den Code ESSWIS verwenden. Da würdet ihr mich noch dabei unterstützen. Das würde mich extrem freuen. Blow-Off-Technik ist wie immer der normale Blow-Off einfach von unten nach oben. Und wenn ihr das X-Blow-Off-Set dazu holt, habt ihr wieder irgendwie die 36 oder 32 Blow-Offs oder so, die ihr wild rumkombinieren könnt. Also da kann wirklich jeder einstellen, was er möchte und einen Blow-Off finden, der ihm gefällt. Ich persönlich mache es immer so, dass ich einfach einen suche, der mir gefällt, der gut läuft. Und dabei belaste ich es dann. Aber man kann halt während dem Rauchen alles umstellen, wie bei der Pro X3 schon. Und ich finde das sehr, sehr nice gelöstes Blow-Off-System. Auch mit den Sleeves, die man dazwischen austauschen kann. Und so finde ich alles tip-top. Preislich liegt die Pfeife bei 399 Euro für die normalen Bowls. Und 420 Euro für die Crystal Bowl. Wie immer da 20 Euro mehr, wenn ihr die Katz in der Bowl haben möchtet. Das ist natürlich eine Riesenstange Geld. Aber im Vergleich zur Pro X3, Inflation, alles gefertigt in Deutschland und so, finde ich den Preis eigentlich fair. Obwohl er sehr, sehr hoch ist. Man muss bedenken, dass man sich einen Adapter spart für Steckballs, wenn man das möchte, der irgendwie nochmal 40 Euro oder so kostet. Natürlich brauchen das nicht alle Leute, aber es ist extrem nice, dass es integriert ist. Vielleicht möchte man später mal upgraden auf irgendeine Caesar Bowl. Oder seine Pfeife irgendwie anders noch umgestalten. Und natürlich, wenn man dann alles wie X-Blows und alles Zeug dazu haben will, kommt nochmal einiges dazu. Aber das ist definitiv eine Luxuspfeife. Wie immer, Verarbeitung ist wirklich ohne Makel. Also das ist die Creme de la Creme der Verarbeitung. Die Toleranzen passen alle perfekt. Man kann das Zeug individualisieren, wenn man will, mit Blow-Offs. Aber ich persönlich finde es ja auch extrem schön, ohne das X-Blows-Set. Ich finde es ist etwas schlichter. Es ist etwas kleiner, weil man diesen Adapter ja zwischendrin nicht reinmachen muss. Aber natürlich sind da draußen immer noch die Blow-Offs, die Schisten. Die sind natürlich gerne den X-Blows-Offs und kann ich auch verstehen, gerade mit so einem weissen Sleeve und der silbernen Polo oder so. Oder wenn man alles schwarz macht oder so, sieht die Pfeife extrem nice aus. Also da verstehe ich jeden, der da auch nochmal etwas upgraden möchte. Kurz zusammengefasst, was mir am besten gefällt, ist der Durchzug, weil der ist wirklich sehr, sehr leicht. Gefällt mir sehr gut. Und wenn es einem zu leicht ist, kann man das einfach regulieren. Ich finde es nice, dass der Steckpol-Adapter sozusagen direkt eingebaut ist. Und ja, ich verstehe auch, wieso die Pfeife Stimulation Ultimate heisst, weil was willst du noch mehr da rein machen? Ich kann es nicht sagen. Für mich ist es wirklich eine Vierschlauchpfeife in Perfektion mit allen Features. Man kann so viel rauchen, man kann ausblasen. Der Durchzug ist nice, das Rauchverhalten ist nice. Man kann das upgraden, wie man will. Man hat extrem viele Blow-Offs, wenn man da noch upgradet. Sie sieht für mich, ist natürlich Geschmackssache, extrem schick und elegant aus. Und die Verarbeitung ist 1A. Also ja, Stimulation hat hier wieder mal einen Bang rausgehauen mit der Stimulation Ultimate. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich extrem über einen Daumen nach oben freuen. Und lasst einen Kommentar da, was man vielleicht noch verbessern kann an der Pfeife und wie sie euch gefällt und wie euch die Features und so gefallen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns schon sehr, sehr bald im nächsten Video wieder. Haut rein, wir sehen uns. Tschüssi! Tschüssi!